Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Wir werden jetzt heute darüber sprechen, dass es sinnvoll ist, Fahrzeuge immer im Geschäftsvermögen zu halten. Also sprich über das Geschäft, über deine Firma hier in der Schweiz zu kaufen. Und warum sich das nicht lohnt, so ein Fahrzeug im privaten Vermögen zu lassen. Zuerst mal, was sind die Vorteile, wenn du ein Fahrzeug in der Firma drin hast? Auf der einen Seite ist es sehr offensichtlich, dass du dann zum Beispiel Benzin abziehen kannst, Reparaturen abziehen kannst, Fahrzeugversicherung und Fahrzeugsteuern. Das ist so offensichtlich. Wir werden aber jetzt gleich noch ein paar Beispiele bringen, die eben nicht so offensichtlich sind. Das Zweite, was trotzdem noch offensichtlich ist, ist, dass du bis zu 50% Abschreibung machen kannst auf dem Fahrzeug. Also wenn du ein Fahrzeug für 100.000 kaufst, das ist nur ein Beispiel, dann kannst du im ersten Jahr gleich rund 50.000 Franken entsprechend abschreiben. Das heißt, du kannst deinen Gewinn um diesen Betrag reduzieren. Jetzt kommen wir aber zu den Spezialfällen, beziehungsweise zu den Dingen, die nicht so offensichtlich sind. Das Erste ist die Mehrwertsteuer auf dem Fahrzeug. Wenn du ein Fahrzeug privat kaufst, dann gehe ich davon aus, dass du dich privat nicht freiwillig bei der Mehrwertsteuer angemeldet hast. Das wäre nicht so sinnvoll. Und grundsätzlich kannst du deswegen auch die Mehrwertsteuer nicht zurückfordern auf dem Fahrzeug. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug für 100.000 gekauft hast, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, dann könnten dort zum Beispiel 7.700 Franken Mehrwertsteuer drauf sein. Das heißt, wenn du dieses Fahrzeug über das Geschäft kaufst oder in das Geschäft einbringst, ich rede hier vor allem über eine GmbH zum Beispiel, eine Kapitalgesellschaft oder eine Aktiengesellschaft, dann ist das so, dass du dort entsprechend 7,7% Mehrwertsteuer zurückfordern kannst. Das heißt, du kriegst diese 7.700 Franken zurück. Das gleiche gilt aber natürlich auch, wenn du eine Einzelfirma hast. Da ist einfach die Regelung so ein bisschen anders, was das Vermögen angeht bei einer Einzelfirma. Da ist es so, dass du selber als Privatperson und die Firma in dem Sinne das Vermögen miteinander teilst. Aber was die Mehrwertsteuer angeht, kannst du da zum Beispiel auch diesen Vorteil nutzen. Wenn du jetzt aber eine GmbH hast oder eine andere Kapitalgesellschaft, dann hast du noch einen weiteren Riesenvorteil. Und zwar, dann ist es so, dass wenn du jetzt ein Fahrzeug für 100.000 einbringst, dann erscheint das entsprechend in der Buchhaltung als dein Guthaben gegenüber der Firma. Das bedeutet, du kannst das Geld einfach steuerfrei rausnehmen aus der Firma. Das ist eine Sache, die die meisten Leute überhaupt nicht beachten. Vor allem kann es sinnvoll sein, dass wenn du frisch eine GmbH zum Beispiel gründest, aber auch natürlich später im Verlauf, dass wenn du dann entsprechend ein Fahrzeug einbringst vom Privaten aus, dass du dann erstmal am Anfang dieses Geld steuerfrei rausnehmen kannst. Und so kannst du dann erstmal deine Einkommenssteuer im Privaten tief halten. Vor allem, wenn man sein Unternehmen gerade aufbauen will. Es ist sehr sinnvoll, wenn natürlich die Einkommenssteuer nicht so hoch ist, so dass man erstmal alles möglichst reinvestieren kann in die Firma. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man das in der Firma hält, ist, dass du kein Fahrtenbuch führen musst. Weil wenn du das Fahrzeug im Privatvermögen hast, dann hast du eigentlich grundsätzlich das Recht, entsprechende Kilometer zu fahren für die Firma und diese Kilometer abzurechnen mit der Firma. Zum Beispiel mit 70 Rappen pro Kilometer. Aber hier ist es eben Voraussetzung, dass du auch ein entsprechendes Fahrtenbuch führst. Das heißt, es ist einfacher, das einfach über die Firma laufen zu lassen, das Fahrzeug. Und dann musst du auch entsprechend dieses Fahrtenbuch nicht führen. Jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen. Und da gibt es vor allem einen großen Nachteil. Und zwar ist es so, dass wenn du das Fahrzeug in der Firma drin hast, dann musst du rund 10% entsprechend an Privatanteilen buchen in der Firma. Das heißt, das wird dir belastet. Das schuldest du dann der Firma in dem Sinne. Das wird dann verrechnet mit deinem Kontokorrentkonto, so nennt man das in der Buchhaltung. Also sprich, du schuldest dann diese 10% vom Kaufpreis des Fahrzeuges pro Jahr der Firma. Wenn man das aber jetzt ins Verhältnis stellt zu den ganzen Abzügen, die du machen kannst mit den Benzinkosten, Reparaturen, Versicherungen und Fahrzeugsteuern, aber auch mit den Abschreibungen und mit den ganzen anderen Vorteilen, wie mit der Mehrwertsteuer und dass du das Geld wieder rausnehmen kannst, dann ist dieser Privatanteil in der Regel meistens gar nicht so ein großer Nachteil. Das heißt, in den meisten Fällen ergibt das total Sinn, ein Fahrzeug ins Geschäft einzubringen oder über das Geschäft zu kaufen. Jetzt aber gibt es natürlich noch ein paar Sachen zu beachten. Und zwar, du kannst nicht einfach so jedes Fahrzeug einfach in die Firma einbringen oder über die Firma kaufen. Das muss natürlich auch geschäftsmäßig begründet sein. Oder zumindest musst du gegenüber der Steuerverwaltung argumentieren können, warum das geschäftlich begründet ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du auch Luxusfahrzeuge in die Firma einbringen kannst. Und wir haben auch dazu auch entsprechende Beiträge gemacht, wo ich dir zeige, wie du auch Luxusfahrzeuge über die Firma abziehen kannst. Aber da musst du wirklich aufpassen, auch wenn du dann das Zweitfahrzeug kaufst oder das Drittfahrzeug oder wenn du Fahrzeuge mit Wechselschildern hast zum Beispiel. Da gibt es auch sehr viel zu beachten. Das muss man auch individuell anschauen. Da solltest du dich auf jeden Fall gut beraten lassen. Auch wichtig ist natürlich zu beachten, was sinnvoller ist, ob du ein Auto kaufst oder ob du das über Leasing machst über die Firma. Das hat natürlich sehr unterschiedliche steuerliche Auswirkungen. Hängt auch jetzt davon ab, was sinnvoller ist, je nachdem, wie viel Umsatz du gerade machst, wie viel Gewinn du machst, wie viel Geld du auch auf dem Bankkonto zur Verfügung hast. Da gibt es auch verschiedene Standardsteuerstrategien, die man da fahren kann. Das sollte man natürlich auch entsprechend individuell anschauen. Also wenn du dich jetzt in einer Situation befindest, wo du darüber nachdenkst, ein Fahrzeug über die Firma zu kaufen oder ein Fahrzeug in die Firma einzubringen, dann kannst du auch sehr gerne bei uns ein Erstgespräch buchen und wir werden dann in diesem Gespräch erstmal schauen, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und ich freue mich jetzt schon darauf, mit dir zu sprechen. Wenn du mehr von solchen Content sehen willst, dann abonnier unbedingt unseren Kanal und klick auch die Glocke, damit du jederzeit informiert bist, wenn wir mal ein neues Video rausbringen. Also viel Erfolg und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.